Im Juli 1943, amerikanische und britische Invasionsmächte werden mit einem neuen Zusatz zu unserer Dinosaur-Armee konfrontiert, dem Dinosaur-Spex! Sein mächtiges Brüllen alleine kann den Feig umwerfen! Für ihn gibt's keine Gefangennahme, nur kleine Imbisse, die einen hoffnungslosen Versuch den mächtigen T-Rex zu bekämpfen. Die Alliierten haben lahme und schwache Dinosaur, die von unseren Wissenschaftlern abgelehnt worden sind, ins Schlachtfeld geschickt. Aber die lahmen und mitleiderregenden Dinosaurer der Alliierten sind keine wirklichen T-Rex oder die reinen Rastigen! Sie können ihre tierischen Instinkte nicht beherrschen, wenn ein Feind vor ihnen stirbt! Dinosaurer und Soldaten! Das deutsche Volk ist mit euch! Wir wissen in euren Händen und Krallen, der Sieg ist sicher! Dinosaur! 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 Dinosaur!